Hallo zusammen, ich habe hier eine Absorber-Kühlbox, das ist auch ein auslaufender Posten. Wir haben dafür mal die Schweizer Zulassung gemacht, weil für diese Absorber-Kühlboxen braucht es vom SVGW, das ist ein Verein für Gas, Wasser und Scheisse, eine spezielle Zulassung, also eine Truhe, die in Deutschland zugelassen ist, ist in der Schweiz nicht zugelassen. Ich rege mich nicht auf über Behörden heute. Aber, das ist ein Absorber-Kühlschrank, wir haben oben eine Wasserwaage, zeige ich euch nachher, Gasanschluss, 12 Volt Anschluss und 230 Volt Anschluss. So sieht die Box von oben aus, noch mit Zubehör innen drin. Und hier oben habe ich dann die Wasserwaage, steht ein bisschen schräg, plus AC und hier drüben habe ich die zwei Thermostaten Gas und 230 Volt. Auf 12 Volt läuft das Ding im Dauerbetrieb. Wir sehen hier das Tippenschild und wir sehen hier den Verbrauch. Auf Butan, Propan braucht die Box 15 Gramm pro Stunde, da kann man nachher dazu. Und sie hat einen Energieverbrauch auf 230 Volt von 1,3 Kilowattstunden im Tag oder 24 Stunden. Wenn wir jetzt auf den Energieverbrauch gehen, ich habe das aufgeschrieben, der Verbrauch ist 1,3 Kilowattstunden am Tag. Das wären also im Monat 39 Kilowattstunden. Und wenn ich jetzt die Box in Deutschland im Schrebergarten hier irgendwo laufen lasse, ein Monat lang, dann habe ich Kosten von 23 Euro, was zu drücken. Und wenn ich die Box ein halbes Jahr lang laufen lasse, vom April bis im September, dann habe ich Jahreskosten von etwa 140 Euro Stromverbrauch. Diese Box könnt ihr bei mir erwerben für 250 Schweizer Franken. Euro ist das fast das Gleiche. In 10 Jahren oder 10 Saisonen bei euch im Gartenhäuschen wird diese Kühlbox dann 1.400 Euro Strom brauchen. Plus die 250, dann sind wir auf 1.500. Für das kauft ihr schon eine Kühlbox und eine Solaranlage. Ihr habt da noch andere Vorteile, die wir jetzt hier nicht rechnen. Jetzt sagen die einen natürlich, ja, ich lasse die mit Gas laufen. Kein Thema. Der Gasverbrauch, haben wir vorher gesehen, der liegt bei 15 Gramm pro Stunde. Das sind dann 360 Gramm am Tag. Das sind 10,8 Kilo im Monat. Das ist so eine Flasche. Und so eine Flasche kostet bei uns 45 Schweizer Franken mittlerweile, Tendenz steigend. Und das sind dann 270 Franken, die ich brauche für diese Flasche, zum Beispiel im halben Jahr, wenn ich ein halbes Jahr betreibe. Und wenn ich das 10 Jahre mache, dann sind das 2.700 Schweizer Franken. Für 2.700 Schweizer Franken kaufe ich mir einen Solarkühlschrank plus eine Batteriebox und ein Solarpanel mit Regler locker. Ich lasse das sogar noch für ein Tausender installieren, wenn ihr das nicht selber könnt. Ja, das ist das, was so eine Box im Unterhalt kostet oder Verbrauch. Jetzt die Solaranlage, habe ich so ein kleines Gartenhäuschen Beispiel, habe ich gemacht. Was das, was ihr braucht dafür, Kühlbox und eine Batteriebox und eine Solaranlage. Ja, das soll es gewesen sein für heute und ich wünsche euch einen schönen Tag.